Was machst du da? Wo willst du hin? Ich hasse diese Stelle so sehr, man. Die ist einfach unberichtbar. Und es tut so weh, weil der Rest einfach easy ist inzwischen. Ich hab so lange gearbeitet, alles zu können und diese eine Stelle ist jedes Mal anders. Und es nervt. Macht keinen Spaß. 72, 72. Willkommen voran. Schlampe. Ganz einfach. Diese Stachel ist eine Schlampe. Hurensohn. Es tut so weh, weil ich schon so weit war und es nicht geklappt hat. Mann. Ich will doch nur noch ein anderes Level spielen. Aber ich kann doch kein anderes Level spielen, wenn ich jetzt gerade so weit bin. Und ich kann diese Musik nicht mehr hören. Ich höre es jetzt ein halbes Jahr lang. Und was ist das? Was? Wann passiert das jetzt ständig? Nein. Nein. Nee. Ich will nicht mehr. Oh, Mann. Oh, Mann. Was hab ich getan? Tu mir das doch nicht an. Hier hätte ich mich fallen lassen müssen. Ich bin gesprungen. Das ist so easy, Mann. Wie kann ich das da kacken, Alter? Ist doch nicht euer Ernst. Ist doch ganz ehrlich. Es kann sein, dass ich den gesamten Stream hier hänge, bis ich das geschafft habe. Das wird heute durchgespielt. Und wenn es um 18 Uhr ist. Ich bleibe sitzen. Ist doch die falsche Einstellung, aber egal. Bisんだателей. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020